Wie kann ich denn hier nicht weiter laufen? Ich habe jetzt hier zwei Räume zur Ausbau und da empfinde ich irgendwas, das kann doch jetzt nicht sein. So, ich habe einen Hammer, eine Angelschnur wahrscheinlich oder irgendwas. So, kann ich hier irgendetwas abschauen? Hier ist einfach mal gar nichts drin, Alter. Soll ich die weiter belauschen? Er kann nichts daran tun tatsächlich, ich kann die nur belauschen. So, hier vorne kann ich nicht reinlaufen. Das ist ein Mops. Das ist einfach ein Mops. Und du sagst, es war ein Baby? Ja, ja, ich weiß, es klingt verrückt. Aber für whatever reason, ich glaube, sie sagt die Wahrheit. Look, es ist kein Problem in beruhiging über das jetzt. Sie ist in der Hälfte, sie wird nicht jemanden verletzen. Wir sehen uns nur was in der Morgen. Aber Carlos hat gesagt, sie könnte sterben, wenn sie keine Arm-Treaten bekommen hat. Assumiert sie nicht zurück. Ist das wahr? Die Frau könnte wirklich sterben. Wenn die Infektion verletzt, alles ist möglich. Sie könnten definitiv ein viel schlimmer für sie. Wir haben nicht Penicillin? Oder etwas, das könnte, wie gesagt, die Infektion verletzt werden? Wir haben einige, aber nicht genug genug zu verletzen. Wir haben keine Dinge auf sie. Was, wenn einer von uns braucht? Ich sage nur, wir können sie helfen, das ist alles. Wir müssen uns selbst zu denken. Das ist einfach so. Wir können nicht nur sie sterben. Nicht, wenn es etwas gibt, was wir tun können. Warum? Guck mal, hier kann man... Ach hier. Okay, alles klar. So. Sarah ist nach oben mit dem Buch. Boah, ist aber eine Knarze-Treppe. Die ist aber eine Knarze-Treppe. Hmmm. Golden Fishing. So, schauen wir mal hier drin. Hoffentlich ist sie da nicht drin. Oh nein. Shhh. Können wir uns vielleicht anfreunden mit dir? Können wir uns vielleicht anfreunden mit dir? Ich muss nicht mit dir sprechen. Mein Vater weiß nicht. Was ist sie da? Ein Buch? Welches Buch? Ich liebe Bücher. Es ist die Gurgel. Es ist über transdimensionale Körperstärken. Na klar. Noch on top. Was ist passiert? Eine Zombie-Apokalypse. Die Krabbel. Ich könnte sterben, wenn ich mich nicht darum kümmere. Aber das muss ich sehen. Sarah wird sich daran erinnern. Dankeschön Sarah. Vielen Dank. Ich bin Sarah. Ich bin Clementine. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Wir können beste Freunde sein. Ich habe noch eine andere Frau in meinem Alter seit weit bevor. Es ist schwierig, die einzige Frau zu sein. Es ist schwierig, die einzige Frau zu sein. Wir sind Freunde. Aber sie ist alt. Und das ist es. Okay. Wir sind Freunde. Es ist wichtig. Freunde müssen uns zu vertrauen. Wenn sie sich alle verhören, egal was. Ist man das? Aufmerksam. Ich versuche... Wir müssen das nicht zu tun. Wir müssen das nicht. Man, jetzt kommt. Kommt da jetzt mit so einem Popelschwur hier. Ich denke, er bequ iPhones ist immer so. Ich finde, wenn ich das nicht von den Segen Courtney gibt, wenn ich eine Kuch bekomme. Ich sehe, wenn ich das Stück mit meinem Vater verwende es gibt. Ich gucke dich ein. Jetzt sucht sie natürlich mit sie für uns mit, das ist natürlich ganz geil. Schön. So, dann werden wir ein bisschen weiter schnicken. So, Verbände. Meine Nadel und Verbände. Was ist denn jetzt eine Nadel hier finden, ey? So, show me. Im Spiegelschränkchen. Oh je, ich sehe schon, was passieren wird, wenn die Spiegeltür zugeht. Und wir haben die Nadel, sehr schön. Meisignis. Bisschen erschrocken gerade. So, hier, auf dem Klo, habe ich gesehen, grüne Hellpflanze. Neh, mal mit. Funktioniert bei Resident Evil. Sollen wir mal in die Dusche schauen? Oh, da können wir uns wahrscheinlich verstecken. Wahrscheinlich müssen wir uns da nahe verstecken. No, 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 no. So, jetzt noch Verbände. Na los, versteck dich. Nein! Hätte ich mich schon woanders verstecken können? Wahrscheinlich ist es so hart. Oh je. Ja, hoffentlich. Oh, Schweineart. Da ist das grüne Kraut. Auf dem Klo. Nehm. Find mal nur ein Rot, das ist und ein Nied, das ist ja wieder gut. Das ist ja wieder gut dabei. So, aber Toilettenpapier haben sie noch. Das wird nachher der wahre Grund irgendwie für die Ausschreitung in der Apokalypse sein. Weil kein Klo-Papier mehr hebt. Wir hatten ja schon den Warm-Up dafür. So. Verbände. Wir brauchen Verbände. Wir brauchen mal Verbände. Oh, was liegt denn da? Auf dem Schreibtisch. Das sieht nach einem Verband aus. Weil man die auch draußen rumliegen lässt. Lumpen. So, schauen wir mal. Eine Uhr. Nee, die... Ich will nicht klauen. Das ist ganz komisch. Das sieht nachher komisch aus. Wenn die uns jetzt erwischen, eventuell. Und wir haben die Uhr bei. Was ist das? Das könnte seltsam aussehen. Global Menace. Risiko. Schön. Global Menace. Großartig. Okay. Oh, what's that? Da drunter? Ach nee, da unten ist noch ein Schublach. Ein paar schöne Socken mitnehmen hier. Oh. So. So. Ist das zu? Okay. Alles klar. Der würde ich jetzt mal rausgehen. Oder soll ich jetzt hier irgendwie lustig vor mich hin nähen? Und Dr. Biber spielen? So, Sarah, da muss ich jetzt glücklich nicht noch mal rinnen. Ah, irgendwie. Oder soll ich jetzt nicht noch mal rinnen? Ich gehe einfach runter. Ah, so eine knarze Treppe, ey. So, na denn ab in unseren Schuppen-Verschlag. Fuck. So. Husch, husch. Aber krass ist halt schon die kleine Monster. Wofür ist dieser Ding da? So, Feuerzeug wäre uns gut. Zum Desinfizieren. Oder zum Stereo-Krisieren, was er jetzt auch da. Oh, Scheiße. So, dann machen wir erst mal sauber die Nummer. Oh, warme Maus. Okay, okay, ich bin gut. Ich bin gut. Jetzt kommt der lustige Teil. Ja, ja. Quicktime-mäßig jetzt irgendwie. Oh, beim ersten Mal. Das ist ja toll. Ich dachte, jetzt kommt so eine ewig lange Quicktime-Sequenz. Das ist nur so, wie Christo mir gezeigt hat. Warum macht's der? Moment, ganz kurz mal. Wenn das Ding zusammengeht, muss ich die Maustaste drücken. So versteckt das. Oder die drückt halten? Ich muss die drückt halten, wahrscheinlich. Oh, Arsi. Oh, Arsi. Nicht so laut schreien. Draußen ist ein Beißer. Oh, aber auch jetzt schön mit 28 Stichen. Oh, das ist ein Beißer, Alter. Ich bin wies. Überleg mal, könntet ihr euch selbst nähen? Oh, Gott. Die haben aber auch einfach mal gar keine Gnade, ey, von Telltale. Oh, Mann, ey. Und natürlich noch mal ein viertes Mal. Ist ja klar. Und Dave wieder wach. Ich kann sowas nicht sehen. Ja, das kann keiner. Er kennt keiner, der sagt, oh, schau mal. Wann mal. Schön. Also, es sei denn, du bist Mediziner und musst zu Lehrzwecken, äh, können. So, na denn. Rüber mit dem Schmutzchen. Ähm, was auch immer das war, irgendwie. Lumpen. Selbst im Spiel. Ja, das ist, oh, na schön. Ach, scheiße. Kick it. Oh. No, 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 no. Oh, scheiße. Los, nimm die Harke. Nimm die Harke. Na ja, ah, guck, 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 guck. Dafür war das da. Ich verstehe. So, Hammer. Take the Hammer. Hammer. So, jetzt werden wir entscheiden, meine Freund. Kommt es mir nur so vor, oder zelebrieren sie das jetzt einfach, irgendwie. Holy shit. What the? How the hell did it get in here? Little girls, tough as nails. Are you all right? The shit should be safe. I'm still not bitten. I never was. And you left me out here to die. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a baby. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in and I'll take a look at her arm. So, los. Ich schätze mal, hätten wir die Uhr mitgenommen, irgendwie, hätten sie uns wahrscheinlich des Diebstahls bezichtigt. Dann wären wir mal am Arsch gewesen. Schön, dass sich jetzt Herr Badier jetzt mal um uns kümmert. Der ist mir echt ein bisschen ein Ticken zu einer Wüste, Typ, der mir wäre. How's she look? Her suturing-Skills need some work. Yeah, we can meet. Otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in and her temperature would be through the roof. Was ist los mit dem Typen? Oh, Munition. Ich war verletzend, ihr habt mir nicht geholfen. What do you mean? You manipulated my daughter. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. Sondern? I'll give you the benefit of the doubt. But there are a few things you need to know about my daughter. Okay. She isn't like you. You may not get that initially. But once you're around her for a while, you'll understand. Oh, okay. If she knew how bad the world is, what it's really like out there, she would cease to function. She's my little girl. She's all I have left. And I would ask that you stay away from her. I'm sorry. I didn't know. It's okay. You're forgiven. Just don't make any more mistakes. Don't get a chance of seeing you. Hey, uh, I brought you some food if you're hungry. So, what have we here? Porage? What do we know? What do we know? What do we know? Hey, but... I just want to say, I'm sorry for... Well, for being a dick out there. I got kind of aggro and that was definitely not cool. Nick's been known to go off every once in a while. Nick, don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. I didn't mean to be so harsh. I just... We had a bad experience once. Hatten wir alle schon. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Was ist geschehen? Na komm, tell me your story. Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned and his mom was standing right there and she got attacked. Na, ist natürlich klar, dass er da sehr sensibel auf das Thema reagiert, ne? Und die mir wissen werden. Anyway, hopefully you understand. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? Denke rüber nach, weiterzuziehen. Vielleicht sollte ich hierbleiben? Ich weiß nicht. Ich denke, es geht um zu gehen. Well, you're welcome to stay here, if you want. Okay, let yourself heal up. It takes some time to sort things out. Na, cool. Do you think everyone else could be okay with it? They'll just have to deal with it. So, what happened to your parents? If you don't mind me asking. I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. You're just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. They died. That's tough. I, uh, I lost my folks, too. Hey, I'm sorry. I, uh, I shouldn't have asked. My parents went on vacation and left me with a babysitter. And they never came back. So geil, er fahre in Urlaub, einfach ohne Kind. But they were already dead. Wow. Well, I'm sorry to hear that. Then I got to get off my phone. I got to get off my phone. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He told me to stay away from cities. What happened to him? The same thing that happens to everyone, but he saved me first. Lots of times. Well, sounds like he was a real good guy. Yeah. He was. And he called me Clem. That. I hate to interrupt, but I'm out there standing watching and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your wings while you can, because we're going fishing at first light. A couple fresh brookies for dinner. Hmm. Wouldn't that be nice? Klingt sehr gut. So, wir sollten uns aber definitiv nicht mit zu vielen Leuten hier anfreunden. Die werden wahrscheinlich alle drauf gehen. Oh, du bist noch hier. Das ist interessant. Jetzt werden natürlich alle Charaktere uns erstmal so ein bisschen vorgestellt. Warum zur Hölle ist die so dermaßen feindsäbig? Ey, man, es ist halt ein kleines Mädchen. Was? Was ist das? Auf zum Forellenfischen. Ja, okay. Wie halten Sie? Ich habe das natürlich immer noch unser Verletz nach. Okay, das war also Rebecca. Was ist die Problem? Sie ist ja meine, ich mag sie nicht. Sie macht mehr. Was ist die Problem? Ja, sie hat viel auf ihr心. Ja, das haben wir alle. Das haben wir alle. Wie weit sind diese Fischtrappen? Das ist nicht viel weiter. Mein Freund hat es mir bei mir. Aber nicht mit einem Gewehr. Ja, aber nicht mit einem Reifel. Sollten wir uns vielleicht für später merken. Hm, okay. Sollen wir uns vielleicht für später merken. Das war's. Das war's. Das war's. Und du wirst! Du bist mit uns standen, während du wirst auf einen Baum? Du weißt, wo die Rive ist, boi. Anyway. So, ich holte die Hände aus der Hand, bevor der Big Buck riecht. Wenn BANG! Die Hände aufbaut. Der Mann hat mich wohl gutshot. Und natürlich, der Buck riecht. Was machst du mit ihr? Denn du hast fast ihre Gesichter geschehen. Es scheint relevant. Ich versuchte sie, dass es nichts persönlich mit dir ist. Warum hast du mir immer einen schweren Moment gemacht? Denn du hast immer jemandem einen schweren Moment gegeben. Ich entschuldige schon. Sie hat es akzeptiert. Okay, ich wusste das nicht. Es ist alles gut. Er entschuldigt. Du hast immer versucht, mich zu entschuldigen. Du machst das auf deinem eigenen Job. Hm. Schwierig natürlich. Ich weiß, wo der Rive ist. Schwierige Familiendynamik. Neffe und Onkel. Okay. Okay. So anyway. I found that Buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sisters figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love, hate you for it. Hm. He doesn't hate you. Nick's father wasn't there much. And he was a piece of shit when he was. So it told me to keep him alive. Raise him right. Meant I couldn't just be nice Uncle Pete. Uncle Pete. Uncle Pete. Uncle Pete. Warum rufen die denn da überhaupt immer so laut rum? Zur Hölle. Jesus, Mary, and Joseph. Oh. Oh. Okay. Nick. Ah. Full of holes. What do you think did this? Not sure yet. But it ain't your average gang of thugs. That much I know. Think about it. You're Carver. What do you do? Who's Carver? Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving. Okay. So what's mom? Oh, there's blood on the floor. So. So. We're showing that's mine. What's for a patch basic tools? What's that? Through the head? Yeah. Check the rest. And look for ammo. We're running low. Okay. That's with him. Okay. You're using him. You're using him. You're using him. Can I help? I got it. What's that doing here? What's that doing here? What's that doing here? What's that doing here? See if you can find anything else. Like what? Like what might tell us who did this. The Visitskarte will not let us have a patch. Can we go over here? Can we go over here? Can we go over here? Can we not look at it. There we go, absolutely. Whatever. I'm covering those again. Okay. Okay a little bit later. Warum können wir uns die Blutspur hier nicht ansehen? Also, weil hier ist nur eine Blutspur, keine Leiche. Heißt also, irgendjemand hat die Schießerei überlebt oder ist selbst verletzt, während er die angeschossen hat. Aber wir können nicht damit interagieren. Mal, vielleicht ansprechen. Vielleicht müssen wir halt mit ihm noch mal sprechen. Ist ja eigentlich so abweisend. Okay. Ist ja gut. Da oben irgendwas. Auch nicht. Ach, guck mal da hinten. Wir können auch in die Ferne schweifen mit dem Blick. Ah, schau mal da, würde ich sehen. Das war kein Rinky-Dink-Piss-A-Match. Was war es denn? Rinky-Dink-Piss-A-Match? Rinky-Dink-Piss-A-Match? Woher geht's? Wir müssen hier raus. Wir müssen die Resten beziehen. Was? Warum? Schau mal an und denk mal, Junge. Schau mal an? Wir müssen hier raus. Jetzt! Jesus Christ, geh an dich an! Was, wenn jemand hier hier ist? Schau mal an, Leute. Wer weiß. Weil sie vielleicht nur beinahe, uns zu sagen, wer das gemacht hat. Wir müssen das jetzt machen. Bleib hier. Schau mal an diese Sachen. Das ist eine dumme Idee. Du weißt, Nick, ich mag das auch nicht. Aber später oder später, du musst eine simple Wahrheit erfahren. Was? Du bist ein Arschluss? Oh, Mann. Dass niemand in dieser Welt ever gonna give a goddamn whether you'd like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Nick. Wenn du willst, wir müssen einfach mal zusammenarbeiten. die Leute auf der Bühne schauen. Wer das macht, könnte immer noch sein. Ah, Nick. Waitin' for another sucker to stumble across this mess. Just like baitin' a fish. It's what I'd do. I'm on it. You always so agreeable? No. Good. You'll fit right in with this outfit. Look, just keep your head on straight. So, jetzt hat er in der ein Speerl. Hope this isn't anyone you know. Oh, no. ist das meine neue Waffe? Gib mir noch wenigstens den Speer. Ach, Mann. Der wird nicht tot sein. Ich muss den Ast haben. Stein. Gib mir irgendwas. Ach. Und wir sehen natürlich den Kopf nicht. Unser Rucksack. Das ist einer der Typen. Das ist einer von denen. Du warst in den woods mit Krista. Die Frau, ich war mit. Was hat sie passiert? Was hat sie passiert? Bitte. Sag mir. Sag mir. Bitte. 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 Okay, du willst Wasser? Ich gebe mir Wasser und hoffentlich sagt er mal irgendwas. Oh no. Nein, er ist hier ein bisschen worden. Pete ist hier ein bisschen worden. Naja. Ich muss nicht helfen, weil Pete ist hier ein bisschen. Ich mag Pete auch mehr, aber... Er braucht definitiv nicht mehr unsere Hilfe. Hm, echt, jetzt laden wir... Ah, fuck. Ah, Scheidenkreißer, ey. Echt, du wichst uns an? Oh, damn, ey. Die Mieste, by The Walking Dead. What are we gonna do? Someone's outside. Someone came here looking for you. A man. What? Did he say what his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he gonna do? I can't keep going. I figure we got about four, five more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down, man. I thought you were dead. Vielleicht Christa? 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 Vielen Dank.